Was geht ihr Typ? Hier ist mal wieder der Nerd. Die Händler haben mal wieder neue Ware bekommen. Warum? Weil heute mal wieder der Dienstag ist. Wir sind hier bei dem Clan-Händler. Und der Clan-Händler hat einen Max-Wert, falls ihr da Interesse dran habt. Und zwar hier Gruppo Knieschoner. Den Waffenschaden auf Max, also 50%. Falls ihr das in eurer Bibliothek nicht drin habt, könnt ihr hier kaufen und natürlich abspeichern. So, wir sind jetzt beim Händler im Campus. Der hat hier das Relikt mit dem Max-Schaffschützen-Gewehrschaden. Hier genau das gleiche, falls ihr das nicht habt. Kaufen und abspeichern. So, wir sind jetzt DZ South, also DZ Süd hier unten. So, wie ihr sehen könnt. Der Händler hier hat das Geschenk. Ich muss zugeben, das hatte ich glaube ich noch ein paar Mal in dem Game, was die Drop-Chance angeht. Falls ihr nach einem, auf der Suche nach einem seid, hier könnt ihr euch es kaufen. Ein sehr guter Rucksack für ein Sniper-Bild. Ich habe jetzt vor Geräumer Zeit auch ein Sniper-Bild gemacht. Da habe ich mit dem Ninja-Bike das Ganze mir zusammen gebastelt. Habe aber auch so ein ähnliches Bit mit weniger Kopfschussschaden, aber mit perfekter Wachsamkeit und das Ding ballert noch mehr Damage. Habe ich aber auch, wie gesagt, ausprobiert. Ich habe das Set, was ich habe, auf Kopfschussschaden ausgebaut. Und das, also mit perfekter Wachsamkeit ist das so, dass man etwas weniger Kopfschussschaden hat. Hat aber, oder macht dafür aber viel, viel mehr Damage. Und für ein Scharfschützen-Bild, Defense, Providence Defense mit dem ersten Talent, Kopfschussschaden. Und hier habt ihr auch schon mal Attribut Kopfschussschaden, Gefahrenschutz weg, Chance draufrollen. Je nachdem, oder je nachdem, was ihr braucht, dementsprechend draufrollen und schon ist das Ding perfekt. Wir hatten heute, heute ist ja Dienstag, wir hatten heute eine, ja, Serverwartung hatten wir gehabt, die knapp vier Stunden gedauert hat. Denkt bitte dran, am Donnerstag gibt es noch eine Serverwartung, weil wir uns langsam auf das kommende Update vorbereiten. Das, ja, am 3. Oktober voraussichtlich erscheinen wird, das wäre der nächste Dienstag. Ich hoffe, das wird so sein, da wir alle in Deutschland einen Feiertag haben, werden wir definitiv das Ganze, ja, anspielen und, ja, genießen. Wir warten alle drauf auf die Incursion, das, was jetzt kommen wird. Es wurde höchst gelobt von einigen YouTubern, wie auch Schutt, der hat das auch angespielt. Und meint, das ist echt geil für die Gruppe. Solo würde man das gar nicht schaffen. Wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt darauf, wie der Modus sein wird. Und die beste Entscheidung, was die auch getroffen haben, dass diese neue SMG, die kommen wird, die haben die auch in den Incursion, also in diesen Modus reingebracht. Als, ja, als, ich weiß nicht, ob das das Random-Drop war, glaube ich nicht. Eher wahrscheinlich für den Abschluss wird man das Ganze bekommen. Hoffentlich, also würde ich dann mir erhoffen, dass das dann so ist. Das war's an dieser Stelle, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer noch nicht abonniert hat, Abo da lassen. Und, ja, denkt an euren Daumen. Bye bye, see you later. Spätestens am Mittwoch beim Stream. Haut rein. Ciao, ciao.